Ich möchte heute auf einige Fragen eingehen, die ihr mir gestellt habt, insbesondere zu den mit dem letzten Update gekommenen Funktionen, was die NPCs angeht, die wir wiederbeleben oder die uns folgen. Diese Informationen sind jetzt speziell für euch, wenn ihr im Singleplayer, also Solo spielt, oder wenn ihr einen eigenen Server habt, den ihr aber auch selber verwalten könnt. Also geht natürlich nicht, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, diese Dinge zu beeinflussen. Ihr könnt jetzt entweder diese Einstellungen vornehmen, wenn ihr ein neues Spiel startet, oder wenn ihr ein bestehendes Spiel fortsetzt. Dann gehe ich mal hier auf Fortsetzen und man sieht hier jetzt bei mir auf dem Server ist gerade nicht so viel los, aber wir gehen hier mal auf den Singleplayer von mir. Und jetzt, wenn ich das anklicke, sehe ich hier auf der rechten Seite Möglichkeiten, die ich habe, das einzustellen. Bei mir ist jetzt diese Standardeinstellung für das Spiel hier normal. Ich kann aber auch jederzeit, auch wenn ich ein Spiel bereits gestartet habe, das Ganze verändern auf einfach oder auf entspannt oder auf selbst definiert. Wir lassen das mal hier auf Normal und jetzt können wir trotzdem selber definieren, wie dieses Normal dann für uns aussieht, und zwar über die fortgeschrittenen Einstellungen. Hier haben wir jetzt das Menü, wie wir im Prinzip alles ändern können. Wir fokussieren uns jetzt aber mal auf das, was das heutige Thema ist, nämlich die NPCs. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite eben diese verschiedenen Kategorien, was wir alles anpassen können und das ist eine ganze Menge. Und auf der rechten Seite haben wir so gewisse Schalter, die wir ein- und ausschalten können. Was jetzt für uns wichtig ist, in diesem Fall sind diese beiden Informationen hier. Also, wenn du deinen Charakter wieder beleben willst, dein NPC wieder beleben willst, und zwar so, dass der zuletzt gespeicherte Status des NPCs tatsächlich dort wieder wiederbelebt wird, dann musst du hier mit diesen beiden Schaltern arbeiten und kannst hier sagen, dass die ursprünglichen Charakterdaten nicht benutzt werden sollen, aber du möchtest die perfekte Umgestaltung. Das heißt, du möchtest deinen Charakter so aus dem mystischen Steintisch wiederbeleben, wie du ihn zuletzt eingespeichert hast. Also, das ist ganz wichtig. Wenn man das vergessen hat, dann kriegt man eben den Status, der dort vorher gespeichert war. Dann haben wir noch zwei andere Einstellungen, die interessant sind in diesem Zusammenhang. Das eine findet ihr hier unter Allgemein. Den Multiplikator der Charakterumgestaltungszeit, der steht bei mir auf 1. Das sind dann 30 Minuten, glaube ich, so ungefähr, oder ziemlich genau 30 Minuten. Und ich kann das aber auch hier hochstellen, zum Beispiel auf 9,974. Das heißt, dann wird der NPC praktisch sofort wieder aus dem mystischen Steintisch rauskommen. Oder ich glaube, es sind sogar drei Minuten. Ich habe es einmal ausprobiert. Ich lasse das aber auf Standard. Ich finde, so ein bisschen Strafe kann ruhig sein. Das andere, was man verändern kann, ist hier die, wie viele Stammesmitglieder du mitnehmen möchtest. Die Standardeinstellung sind drei. Du kannst das aber bis zu 100 hochschieben, was für mich keinen Sinn wirklich macht. Ich denke, das werden sie wahrscheinlich auch noch mal ändern. Aber drei ist das, was auf Standard steht. Und du kannst einfach diesen Regler benutzen und kannst es verändern. Ich führe hier gerade Julio. Julio ist noch recht neu im Team. Und jetzt gucken wir mal hier in diesen mystischen Steintisch rein. Und gehen hier auf Umgestaltung. Und wir sehen jetzt hier, Julio ist also noch nicht weiterentwickelt. Der hat sich gerade ein bisschen hochgelevelt hier, was den Speer angeht. Und ich kann jetzt hier durch Drücken der Taste E hier unten oder hier anklicken, auch hier unten, kann ich jetzt die aktuellen Informationen von Julio abspeichern. Und wenn er dann wiederbelebt werden muss, dann würde er mit eben diesen bereits angepassten Leveln wiederbelebt werden. Und wir sehen hier Brutus. Der ist schon auf Klinge und auf Hammer voll ausgelevelt und ist entsprechend auch so abgespeichert hier im System. Und wir haben hier Cecilie. Die ist schon auf Klinge und auf Fäustlinge voll hochgelevelt und ist auch so hier entsprechend abgespeichert worden. Und kann ebenso auch wiederbelebt werden. Wenn ich jetzt meine NPCs in den Kampf mitnehmen möchte, dann habe ich zwei Optionen, wie ich das Ganze machen kann. Ich kann entweder in mein Tab-Menü reingehen und kann hier sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel Brutus mitnehmen oder ich möchte Cecilie mitnehmen. Ich kann auch 3 mitnehmen. Ich habe das ja auf 3 vorher oder ich habe die Standardeinstellung auf 3 gelassen. Nehmen wir mal alle 3 mit. Jetzt gibt es vielleicht eine leichte Verwirrung darüber, wie die agieren. Also einmal ist es klar, wenn ich jetzt hier auf der linken Seite mein Menü habe, mit dem ich meine 3 NPCs steuere, alle Befehle, die ich über die F-Tasten gebe, beziehen sich auf alle 3. Ja, also ich kann jetzt zu allen dreien sagen, sie sollen zum Beispiel über Drücken der Taste F4 in den aktiven Kampfmodus gehen oder ich will sie wieder auf F5 helfen stellen. Meine Erfahrung im Kampf ist, dass wenn sie auf aktiv stehen, sie wirklich alles angreifen und losrennen und sich verteilen. Deswegen lasse ich es allermeistens auf F5 mir helfen. Das bedeutet nämlich, dass sie relativ nah bei mir bleiben und nicht einfach wild losrennen. Es gibt aber natürlich Situationen, wo ich dann aus irgendeinem Grund während des Kampfes sage, okay, ich schalte mal hier schnell um auf F4 und dann sind sie entsprechend aktiver und rennenlos und metzeln alles nieder, was ihnen in den Weg kommt. Aber es kann eben auch sein, dass man nicht alles im Blick hat und man sieht dann plötzlich, oh, die sind da ganz hinten hingerannt und sind gerade am sterben. Deswegen bin ich meistens im Modus helfen hier. Und rette mich heißt übrigens, dass einer von denen kommt und euch wiederbelebt, wenn ihr am Boden seid. So, und wenn ich irgendwo hindeute und drücke F1, dann würden sie entsprechend dieses Ziel angreifen. Gut, da passiert jetzt nichts, weil da ist kein Ziel. Jetzt gibt es noch folgendes. Wir haben ja verschiedene Einstellungen, die wir vornehmen können bei den einzelnen NPCs. Und wenn ich jetzt mal bei Brutus hier ins Menü gehe, dann sehen wir das Hauptmenü von Brutus. Und wir können hier über die Verwaltenseinstellungen unterschiedliche Einstellungen vornehmen, was ich euch empfehlen würde. Das eine bezieht sich auf das Essen und Trinken, wie häufig sie essen oder trinken. Standardeinstellungen sind immer, wenn sie bei 60% sind, dann tun sie das. Du kannst das natürlich runterstellen, aber es bekommt ihn ja nicht so gut, wenn sie irgendwann am Verhungern sind. Dann haben wir unter den Verhaltenseinstellungen, das für den Kampf dann ganz wichtig ist. Wann sollen sie eine Bandage benutzen? Ich habe das jetzt hier so eingestellt, dass er schon, wenn er nur noch 80% Leben hat, eine Bandage benutzt, um sich zu heilen. Weil ich möchte nicht, dass er womöglich auf 40% abgefallen ist und erst dann daran denkt, sich zu heilen, vielleicht nicht so schnell aus dem Kampf rauskommt und dann gestorben ist. Also habe ich das hier recht hoch eingestellt für meine Leute. Das nächste ist die Folgedistanz. Ich habe ihn hier auf nah eingestellt, sodass er nahe bei mir bleibt. In Kombination mit dem Modus S5 helfen, bedeutet das, dass sie relativ nahe im Kampf immer bei mir bleiben und dass ich sie relativ schnell aus einer brenzligen Situation wieder rausholen kann, indem ich einfach aus dieser Situation rausrenne. Nehmen wir mal an, ich hätte hier einen expliziten Bogenschützen, der mit mir kommen soll. Dann könnte ich sagen, okay, in den Verhaltenseinstellungen, Kampfstil, gehe ich hier auf Fernkampf. Bei mir stehen die jetzt alle drei auf normal, sind jetzt alles drei keine Fernkämpfer. Sie sollen ganz normal entsprechend mit mir kämpfen. Rudo ist jetzt über dieses Aktivieren von Fähr für Verteidigung in einem aktiven Kampfmodus, während bei normal sind die beiden eher passiv. Also das heißt, die warten erstmal ab, was ich mache. Greife ich an, werde ich angegriffen, dann werden sie aktiv, während er grundsätzlich mehr oder schneller angreifen würde. Dann können wir hier noch Fernkampf einstellen. Also wenn wir jetzt einen Bogenschützen dabei haben, dass wir den auf Fernkampf stellen. Und so werden die sich im Kampf tatsächlich auch unterschiedlich verhalten. Im Übrigen mache ich das auch so, dass ich ihnen die Waffen gebe, von denen ich möchte, dass sie sie auch benutzen. Wenn wir zum Beispiel gegen die mechanischen Maschinen angehen in den Dungeons, dann möchte ich schon eher, dass sie zum Beispiel nicht versuchen, mit irgendeiner Klinge auf diese Maschinen einzuschlagen und gebe ihnen dann bewusst einen Hammer oder auch die Fäustlinge. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen zu diesem Thema beantworten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.